Ich hab dich umgeschubst unten. NEIN! Wollte dich gerade töten, dann kommt der einfach um die Ecke. Okay. Muss ich doch, ich hab's doch richtig gesehen. Sosa hat mich gekriegt und daher hat mich tot gittet. Okay, warte. Dann ist mein neues Ziel jetzt, naja. Warum hat eigentlich wieder keiner gesagt, dass meine Lootscore ist, naja? Ich mein, ja, ich hab genug, aber ich muss die doch nicht so wassen. Äh, war da? Ist dein Ernst, wenn die Ecke dich nicht mehr aufstehen konnte? Läuft und läuft und läuft und läuft. Okay. 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 So, mal. Ist ja mal, die haben aus meinem Stand gelaufen. Können wir uns doch gar. Oha Aber wie geht denn das hier mit Fünf verschiedenen Gelassen? War doch jetzt eine Witch, oder? Kleine Adria Zahra Ach, leckum joe eher Ich kann doch nix machen gegen die Infernung Schwannerei Ich frage mich gerade, ob du mich noch wohnen kommen kannst Weiß ich nicht Oh, mein Herz auch Kann ich dir nicht sagen Hast du jetzt auch wieder ein bisschen was gemacht, ne? I am WEM to die I am WEM SME I am WEM I am WEM I am WEM Gokko, guck mal. Oh mein Gott. Gokko. Hast du DP gerade, Gokko? Warte, ich glaube der muss hier gerade mal kämpfen. Ich kann nicht einfach in der Brindling. Oh. Lüster mal in der Falle nicht aus. Gokko. No, no, warte mal, so bin ich lieb dafür. Oha, zwei Bärs sieht's auch noch. Kacke, 365. Ich glaube nicht, dass das, ich glaube nicht, dass das No-One-Kombo wird. Also ich gegen Gugu, meine ich, ne? Nein, oh nein, warum? Du hast mich getötet. 365, ja? Ich glaube nicht, dass ich als Decay in den Mystique One kommen kann. Ich hab auch nur, was hab ich denn? Na gut, gerade hab ich 350, ich glaube 3,69 mit Kodum. Mit Du war wie 350. Ach, leck um mir. Kann man mal nur sagen, warum ich für meinen T9 nur 4,5 Bille bekomme und die gleichen Pferde auf dem Aktien mit 12 Bille kosten. Hast, ja, wie viele Skills hast du denn auf dem Boy? Oder Girl? Hast du den ausgeskillt? Hast du die Skills auf 100%? Ich weiß gar nicht, welche Faktoren da noch eine Rolle spielen. Ob der gestorben ist, glaube ich auch, ne? Ja, du Schlingerei. Hab dich. Mann, faul doch nicht. Eher Dreck. Abbrechlevel? Quatsch, es macht doch keine 5 Bille Unterschiede aus Abbrechlevel. Glaub, umso mehr du Skills auf dem hast und ob der Gaul gestorben ist. Macht einen Unterschied, ne, Koko? Koko ist mein Abbrechguru, keine Ahnung, ich hab davon weniger Ahnung. Null Todes. Männlich oder weiblich? Wohl, leider. Oh mein Gott! Muss weg. Autsch. Männlich oder weiblich 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 oder we Also ich glaub der Goku könnte da mehr zu sagen, allerdings ist der gerade mit mir im rbf hier drinnen. Ich glaube der Grund, dass der Rästchen auf der Rästchen und die Rästchen und die Rästchen in der Rästchen und die Rästchen und die Rästchen. ok ok für dich wii ach komm schon ich mach hier immer nur da hinten rumkraxeln was zu teufel aber wie viel mehr würde er dann money machen wenn er höheres abbrechlevel dann sagen wir mal mit was kommt nach kenner fachmann fachmann ne ach man diese kackdrecksteinschein-singe 20 prozent oder so ok weiß gar nicht wie viel mein archer bekommt was ist denn der fachmann fachmann acht oder so glaube ich weiß gar nicht nein ist nicht dein ernst ach leck mich doch was ok wie wieder super die gang Ah, der Typ auf dem Haus, der nervt mich immer richtig. Kann doch werden, wenn er brennt. Gar nicht wahr. Beim Sehen. Oh fuck. Ich würde ja da gerne meine Ulti reinschmettern, allerdings würde das wahrscheinlich sehr böse an die Hose gehen. Oh Gott, was ist das hier drunter? Von der Racheke. Der musste sein. Na, wenn der brennt, wie geht's ja? Oh, Fug. Oh mein Gott. Wie ist ich denn ernst? Ich hab mich die blöde Corsair umgehauen und der Bär sich gefinisht. Wie ist der so ne Kacke? Wie ist das? 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 Ich weiß nicht, wie schnell das jetzt geklappt hat, aber in der Regel einfach immer da wo über 10 Minuten ARE. Es ist genug, was er ist gespeert, WTF? 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 Ich tue mal peepeln, oder? Ei, ei, ei! Hallo! Ich werde... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich werde dir noch dir angesprochen! Immer! Was war das denn? Ich habe keine Ahnung! Oh mein Gott! Hallo? What? Moment! Oh mein Gott! Ich musste mal ganz kurz... Es war zu lucky! Ein paar Mal zu lucky! Ich bekomme 23,2% mein Profil, wenn ich einen Pony verkaufe. Mit deinem... Was hast du? Guru? Oder was hast du? Also... Master, 17. Das wäre das Guru! Huch! Ich hänge da keine Ohne! Goldrüstung! Äh... Fein Gott, meinst du? Dafür musst du dein Dimmtree auf Pen haben, Kafferstufe 10. Und dann muss das über eine Quest machen. Und dann muss das über eine Quest machen. Ja, das ist schon über 10. Lohnt sich das sehr. Boostet auf jeden Fall deine DMP, ja. Finde ich. Also ich habe meine jetzt auf Duo. Und meine gibt mir 105 DMP. Und dann... Okay. 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 Wirklich? Noo, Mario! Du hast aber auch einen Schwan. Nee! Jetzt kommt! Mario! Ich bin aber auch ein Schwan. Sama! 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 Was ist das? Warum? Wie hat das vor mir weggelaufen? Was? Ach fuck! Ach man, ich bin gerade eingeworen! Warum? Wirst du vor mir weggelaufen? Ich hatte einfach kein Starmidier mehr, weil ich ihm so hinterher gelaufen bin. Oh! Ja! Also ich habe nichts geändert an der Playlist. Ich habe nichts gemacht! Ich habe gar nichts gemacht! Oh yeah! Warte mal, jetzt muss ich Mario aber zu dem Song dann auch passend töten. Okay! gravier than! Ich bin... verwirrt. Hilf! Ähm... Stecker! Hohohoho! Hehehehe Ja also Mario, ich dachte du wolltest mir was zeigen mit dem Giro und nicht von mir wegrennen. er dddddm oh lecku mio ist dein ernst wer nimmt denn hier meine last kit ich hab dich ganz alleine verfolgt da war auch niemand hinter mir um Gogo seiner ausredigen mich zu widerlegen oh Gott die Musik macht mich völlig kürrer gerade gar nicht konzentriert also ich muss nicht meine weihnachtsmitte aus dem Schrank machen voll gut ok aber dazu kämpfen ist ein bisschen creepy ne nicht creepy aber es ist einfach so ein bisschen weird ok 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 Aua, ich habe mich nicht immer ins Gesicht gekriegt. By the way, vergesst nicht für die 5 Müller im Peer Shop, euch das Altmanbuck heute zu holen. Mario möchte irgendwie nicht mit mir kuscheln. Oh, da sieht der cool aus hier. Oh, ich habe die... Oh, no. Nope. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Hast du mich gerade aus meiner Ulti gegrabbt? Ist aber genug hier. Hat der mir aus meiner Ulti gegrabbt? Du Wicht... Ey. Ja, du brauchst halt einen dickerzuhzbund, der da drab ist Thorsten! Ey, die sind Kuno, ne? Die hält mich immer unten, ne? Voll. Hast du vorhin zumindest selbst gesagt? Mhm, 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 mhm. Boah, Mann. Ich krieg dich noch ein zweites Mal, Thorsten. Da hat einer das Vorlicht gebracht. Mit fünf Mann. Ja, ihr immer mit euren fünf Mann, ey. Ja, mit fünf Mann. Ja, mit fünf Mann. Ja, eins gegen eins. Ich komme mit der Familie. Guck mal, Mario hat mich lieb. Mario. Was zum Teufel. Was, was wolltest du, was sollte das werden? Ich glaub, du hattest mich nicht getroffen. Kann es sein, dass du mich nicht getroffen hast? Ich glaub, das sollte anders aussehen. Vielleicht wurde es vom Stein gecarriet, ja? Mh, 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 mh. Boah, ey, ich hab gerade meine Falle hingelegt. Bitte so. Wieder gewonnen. Ähm, Mario, ich glaub, du hast mir nicht gehittet, oder? Oder warst du noch in der Aufbauphase von deiner Ulti? Ich hab keine Ahnung bei Bersi. Lalalalalala. Guck mal, glatte 2,5 Prozent. Funko Wood. Halt. 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 Hm, das war old. Aber zieht dir nichts ab, wenn du dich aufbaust? Scheint nicht, wa? Naja. So, Boys und Girls. Ich würde euch mal weiter schicken zu der Kugels. Und dann mache ich ihm jetzt was zu essen. Ich mache jetzt mein asiatisches Curry mit Hähnchen. Ich habe übel Hunger langsam. Ja, dann sehen wir uns nach dem Patch wieder. Also am Donnerstag. Damit das nicht zu Verwirrungen kommt. Und ja, lasst euch gut gehen, lasst euch nicht erkenn. Kuss, 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 kuss.